Hat er verschnitten, wir können uns den Sprung hier gleich ansehen und Martin, du hast den Sprung auch mitverfolgt gesehen. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Ja, ich bin unten im Auslauf gestanden, er relativ davor gestürzt ist. Ganz hart, ich bin noch 80 Minuten alleine, da sitzt du sehr schön im Zag, bis morgen. Ich bin noch 80 Minuten, aber wenn dann... Ich bin noch 80 Minuten, um ehemaliger Künstler zu spät. Ich bin noch 80 Minuten, bis insチöp. Ich bin noch 80 Minuten, bis ins assigning Wiener Schrauer. Ich bin noch 99 Minuten, bis ins verschiedene Genre. Ich versuche nicht zu schorden, um die Dinge, die ich verloren habe. Ich versuche nicht zu schlafen, um die Dinge, die ich nicht verloren habe. So when you look at yourself, tell me who do you see Is it the person you've been or the person that you're gonna be Don't take your life for granted Don't take your life for granted Why don't you hold on tight to what you've been handed Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Don't take your life for granted Don't take your life for granted Don't take your life for granted Why don't you hold on tight to what you've been handed Cause you just don't know what wrong you will have it